Vor einem Täter oder mehreren Tätern. Wir sehen jetzt hier erste Bilder aus der Innenstadt von Halle. Das ist das Paulusviertel. Wir sehen einen Täter, der offenbar tatsächlich um sich schießt, aus einem Auto gestiegen ist. Die Bilder haben uns soeben erreicht. Das Geschehen ist ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden her. Genau wissen wir das nicht. Es soll bei dieser Aktion, bei dieser Tat offenbar zwei Tote gegeben haben.